und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video heute habe ich mir die half life 2 mod black mesa ausgesucht und das ist eine mod für half life 2 die eigentlich half life 1 nachgebaut hat und ich muss echt sagen es ist geil hört die stimme es ist wirklich 1 zu 1 wie früher ich denke mal jeder der irgendwas mit games am hut hat wird half life 1 kennen es war damals ich glaube 1995 oder so war das der erste wirkliche first person schulter der mann ernst nehmen konnte war wirklich keine sache war auch für mich einer der ersten shooter die ich gespielt habe und muss einfach sagen wieder hier zu sein ist einfach nur geil macht einfach nur bock und ich freue mich riesig auf das spiel ich habe es kurz zwei minuten angespielt zum gucken ob alles funktioniert oder so und jetzt habe ich mir gedacht ich zeige euch das spiel es ist wirklich top es lohnt sich sagt euch das ding wenn ihr auf solche dinge steht und wenn ihr einfach mal wieder die retro erinnerungen von früher vor holen wollt dann spielt dieses spiel sagt euch das ding gibt es in steam ist ganz einfach zu installieren kein problem ihr braucht einfach nur half life 2 dazu und ich werde das intro hier jetzt ein bisschen vor spulen damit wir nicht so lange warten müssen und ja ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder wenn wir da sind bis dann jetzt kommt es schon wieder zu sehen schule es sich in der flange schule es schon einmal raus schon einfach raus ja ich bin ja ich bin das ist sie ging ja ich weimar jetzt ja und damit noch mal herzlich willkommen zu half life black mesa hier wir sind jetzt mit dem mit der bahn hier durch das ganze areal gefahren sehr eindrücklich das ganze mal in guter grafik zu sehen und ich würde jedem empfehlen das wirklich mal anzutesten es läuft sehr stabil das läuft sehr flüssig es macht einfach nur sehr bock und ich bin erst mit der bahn gefahren wisst ihr was ich meine so die daten werden geladen ja wir sind worden freeman aber das weiß bestimmt jeder von jaja bla 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 so öffnen uns mal die tür ich muss einfach sagen das weckt erinnerungen das ist wie damals einfach in guter grafik der untertitel ist geil sogar die töne werden synchronisiert einfach geil ja ok das kennen wir kann ich mich drucken hier wie gesagt wir müssen unseren schutzanzug holen und wir sind hier eine große nummer in black mesa jeder kennt uns wir müssen den schutzanzug holen und dann gucken gehen was da irgendwie soll ein problem sein irgendwie ein problem sein dass wir beheben müssen aber eigentlich muss ich euch ich frage mich warum ich nicht rennen kann ich muss kurz gucken springen space printen shift ja habe ich doch gedrückt sollen das bearbeiten shift anwenden ok ich kann nicht rennen wieso kann ich nicht rennen gut dann versuche ich mal bearbeiten dann nehme ich mal caps lock gucken ob das funktioniert das funktioniert auch nicht moment man kann ich überhaupt hier schon schnell rennen leute haut mich nicht es ist schon ein paar jahre her ich mache das mir mal wieder auf shift hier so kann es sein dass ich hier noch gar nicht rennen kann ich weiß es nicht mehr sie ist echt zu lange her aber ich muss echt sagen gefällt mir hier ich möchte zwar nicht unbedingt hier arbeiten mit diesen ich muss meinen anzug zuerst holen ich möchte hier nicht arbeiten mit diesen dingen die die expert experimentieren und die leute die half-life kennen wissen was danach passiert was da passieren wird und ja ich möchte nicht da unbedingt arbeiten ich frage mich keine ahnung mehr wo ich hin muss so wieso denn nicht die energie aufladegeräte ich würde schon gerne springen können es wäre schon geil ich kann es keinem glauben dass ich wieder hier bin in black mesa etwas komisch dass ich nicht sprinten kann ich weiß nicht wo ich meinen verdammten verdammten ansonsten Freeman actually did show up for work this morning looks like somebody here owes me lunch good morning freeman can you access the mail server ok morning 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 personal facilities ich bin daran vorbeigelaufen oh mein gott ne bin ich doch nicht what the fuck das ist schon ein guter anfang muss ich mal sagen aber wieso kann ich nicht sprinten das finde ich ich kann doch ich muss doch ich oder wisst ihr was ich meine ne gut dann trotzdem hierhin hinten war der pausenraum gehe ich trotzdem mal hier runter obwohl ich dachte dass ich eigentlich ich bin etwas verwehrt das war ja doch hier ja öffne mal oh they're right there mr freeman i got explicit orders not to let you through without your hazard superman ah wow what the fuck we still need a verdammten anzug good morning and welcome to the black mesa transit system this automated train is provided for the security and convenience of the black mesa research facility personnel so hier ist der der anzug haben ihn gefunden holen wir uns natürlich gleich und gordon freeman ist am start ah jetzt kann ich rennen sehr nice sehr sehr nice ok ich würde sagen jetzt beginnt das spiel der typ hier immer noch ein kacken ne ich kann ihm kein toilettenpapier bringen so ok dann gucken wir mal ich würde mal sagen wir gehen als erstes nein nicht zurück idiot zu dem typen hier mal gucken was der hier macht da das ist der ist zurück und mit sprinten geht es einiges geiler das richtige half like feeling kommt hier auf schnelle bewegungen hier machen wir auf hier richtig richtig gespannt was mich hier erwartet ich finde es nämlich wirklich verdammt noch mal geil es ist so retro und es sieht einfach nur gut aus kann einfach nicht sagen klar ist jetzt nicht die hammer fag 3 3 grafik oder was auch immer laden und nee aber sie trotzdem geil aus half life 2 sah schon immer gut aus und da ist einfach eine bekannte umgebung ist hier das macht es einfach gerade noch mal um einiges geiler und wir gucken einfach mal hier diese scheiße wird uns nachher kein spoiler hier wassab jeder kennt mich hier gordon freeman sollte wohl hier stehen gut gut okay mach mich hier auf komm schon blip blip Eli has been busy making last minute preparations for the new experiment ja und jetzt greetings Eli morning Izzy i trust this morning finds you well gordon good morning good morning what the fuck wenn ihr wüsstet jungs wenn ihr wüsstet was euch noch erwartet ja endlich los lift holen und weiter geht's in die kammer wer kennt sie nicht der legendäre anfang von half life 1 damals in der kammer des schreckens sehr geil sehr geil ich will eigentlich gar nicht durchrennen hier ich will mir das alles angucken oh there you are everybody's been looking for you hombre oh here he is hey hey bla 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 absolut akzeptabel ist halt in englisch mit deutschen untertiteln darum quatsch ich auch manchmal drüber aber wen interessiert kann jeder fast englisch verstehen zumindest von daher sollte das eigentlich nicht so ein problem sein und sonst hat man ja nicht immer noch den untertitel na ja öffne jetzt die tür kommen hier so gucken wir mal wo wir die welt retten können gute alte fucking zeiten hier hoch ja alles funktioniert ok ich übersetze mal bla 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 laser bla 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 alles kaputt bla 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 scheisse viel strom ich soll jetzt hier den knopf drücken laser und natürlich bin ich so doof und will mir das von nahem ansehen das ist sehr gut wir können es von hier power zu stage 1 emitter in 3 2 1 ich sehe prediktive schoo 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 Alles dreht sich, alles dreht sich, alles dreht sich, ja, hier der Wagen, der gute alte bekannte Wagen, ich gehe jetzt da nicht rein, es heisst schon sehr, da rein zu laufen, aber nee, habe ich hier eigentlich, jetzt gucken, so, rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir und, rein mit dir, doch, rein mit dir und die Katastrophe ist perfekt. Und ich muss echt sagen, sieht ein bisschen besser aus als früher, nur mit kleinen Stücken. die ist wirklich absolut geil die lange warten zeiten hier dass alles so langsam vor sich geht ist ja nur am anfang das wissen wir und dann sind wir ununterbrochen dran mit schuster action vom feinsten hier mehr kennt sie nicht aliens so ladedaten und ich würde sagen jeder weiß was jetzt kommt die große flucht aus black messer weil alles ein bisschen ja im vorhergesehene konsequenzen trifft es eigentlich ganz gut so golden ist wieder am start und ich würde sagen wir legen mal los hier ist nix mein gott ich habe doch keine ahnung alles am arsch alles kaputt kaputt komme ich nicht durch okay ich wüsste wo der ausgang wäre wenn ich das feuer und jetzt bin ich hier eingeklemmt oder was wir trennen hier den arsch kann man nur eins dazu sagen absolutes fail ich muss schon nur nach hinten ich war schon richtig ich muss nur irgendwie war hier rüber kommen verdammt noch mal sollten da war ich mich nicht so oh mein gott leute schreibt in die kommentare was ihr von dem spiel denkt und by the way daumen nach oben für die facecam hier so ok upala feuer 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 hier ist nix mehr aufheben was soll ich aufheben so funktioniert das hier kann ja dinge aufheben in half life habe ich ja ganz vergessen upsala so in den lift rein und bei beim rom unsere zwei ja ich würde lieber fliehen wenn ich euch wäre irgendwie eine hacke finden was habe ich hier naja wo komme ich denn hier durch ja jetzt mache ich mal die tür auf alles cool ich frage mich wo ich habe mich ein kleines stück am feuer verbrannt was soll denn das es geht doch nicht ich werde es du wie ich die ja das kann empreite wool durch das war verdammt noch mal knapp scheiß laser hier durch ihr baller sehr gut kurz den lift bestellen ich frage mich ruhig geht hier was oder nicht da geht was lade daten und ihr seht schon das spiel ist eins zu eins wie damals einfach in toller grafik also fast eins zu eins muss man sagen und es ist einfach nur geil es ist einfach nur das macht die typ kalt aber war 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 kaum super kopf ziehen das hier durch einfach mal mit nicht die werfen bisschen energy aufgesammelt typen hat die scheiß freude dass ihr aliens abknallen darf kein gehen wir weiter gucken was die ganzen fackeln hier sollen ich habe es konnten das problem für das gas gesehen ganz geil ganz geil das war damals auch ein bisschen anders glaube ich das problem ist nur sollte gehen sehr gut alles ist schrott scheiße hier rein was ich ja vielleicht gibt es hier was besonderes ich frage mich wo oder wann ich die das brecheisen erhalte wie sollte doch das klingelt noch mal verpiss dich hier ein bisschen hakelig manchmal hier an das ganze zeug rum geben wir da draußen ich habe noch 88 energie seht ihr nicht weil ihr mein gesicht stattdessen ansehen dürft ich habe meine personal security dabei Dankeschön! Yo, what the fuck? Bitch! Boop, 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 boop. So. Somebody there who can fix this. Yeah. Ich hab meine... Oh, what the fuck? Ah, hier ist eine Scheibe. Nein, hier ist die... Hoppala. Alter, verpiss dich. Scheiße. Ja, und... Wo muss ich jetzt hin? Kann mir das mal einer sagen? Ich werde hier sowas von sterben, wenn ich hier rüber springe. Der Typ hat was gesagt. Ich muss... ins Office hoch. Ich gehe hier durch. Hm. Verdammt. Wohin soll ich, hat er gesagt. Wohin soll ich, hat er gesagt. Ah. Okay. Okay. Es ist ein bisschen... ...schwierig. Ohne Knarre. Oder? Wisst ihr, was ich meine? Ah, nice. Seht ihr das? So. Wo ist der andere? Ah. Der wurde gesprengt, so wie es aussieht. So. Okay. Jetzt fühle ich mich wieder wie zu Hause. Mit meinem... ...mit meinem Brecheisen hier. Hinter dir. Bitch, 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 bitch. Gibt es hier was interessantes zu finden? Blue Screens. Den kennen wir alle. What the fuck? Dankeschön. Hm. So. Mal gucken, was hier... Ha. Sehr geil. Ladedaten. Wir sind wieder bei 100%. Das Spiel macht verdammt Spaß. Ich muss mich kurz ein bisschen anders hinsetzen. Und ich würde sagen, dann kann es schon weitergehen. Mal gucken, was uns hier... Mal gucken, was uns hier... Der andere dreht durch da hinten. Mal gucken, was uns hier... Der andere dreht durch da hinten. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ist der tot hier? Ja. Okay, er ist tot. Ähm... Ähm... Ja... Hier schneit es. Klingling. anseh. Toll. Guten alten Halbleibkisten hier. What? What? Das war jetzt ziemlich verschissen. Ziemlich verschissen haben wir jetzt. Am besten. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich muss kurz zurück. Die Energie wieder aufladen. Im Ernst. Ist hier wirklich eine Lade? Okay. Wenigstens geht es schnell. Hier wieder ein bisschen auffüllen. Okay. Immerhin. Besser als vorhin. Wieder zurück in den Ladeabschnitt. Lade, 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 Soldaten. So. Okay. Ich weiß nicht, was das war hier. Irgendwas ist hier explodiert. Aber was? Oh no. Oh no. Oh no. Oh fucking no. Ich komme hier raus. Sehr gut. Caution this side up. Fick dich mit deiner Kiste, du Basta. Wirft ihr mir einfach eine Kiste an den Kopf. So um diese Scheiße hier. So Scheißdinger hier kennen wir auch noch von früher. Ich habe keine andere Waffe. Fuck. Ich bin hier dabei. Schlängelt. Der mysteriöse Mann. Wir haben ihn gesehen. Ich frage mich, was da oben rechts gewesen wäre. Okay, Leute. Das Anlauf. Sehr gut. Alles wieder voll. Und quick save. So. Ich gehe mal kurz zurück. Diese Scheißdinger hier vorbei. Okay, hier ist nichts. Ein Auge. Ich habe ein Auge dabei. Wupp. Ha ha ha. Na klar. Ich kann ja hier diesen Dingern diese Scheiße hier zu futtern geben. So. Dann will ich auch noch was. Okay. Hier waren wir. Hier ist zu, oder? Jo. Da ist ein Hund hier. Wupp. What the fuck. Ein bisschen Baseball spielen mit diesen Krabben. Krabben. Ja. Hier ist zu. Hier ist zu. Ich höre irgendwas. Irgendwo wimmern. Ja. Kleines Dreckvieh. Die Kopfkrabbe. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. kommen wir mit. Dank Gott. Listen. I know where you can find some more weaponry. There's a security office not far from here. Take me with you and I'll unlock the door. Okay. Ja. Ich komme mit. Kommst du? Hallo? Ja. Ja, let's go. Der folgt mir. Tatsächlich. Yeah. Ja, mal kurze Frage. Was ist, wenn ich hier das einfach mal zurückdrehe? war doch noch eins hier, wo nicht? So. Alright. Hier sind wir gekommen. Wo kann der Typ mir? Ja, geh mal weg. So. Okay. Ah, hier. Mach mal auf. Geile Scheiße. Jetzt gibt's Knarren. Fette Knarren. Hör, hör. Safe Haven. Safe Haven. Das sag nur du, ne? Warum liegt hier ein Toter? Idiot. Hier ist die Weapons. Ein paar Granaten. Und die Pistole. Mit 17 Schuss. Alter. Ist das ein Ehas. Ne, hier will ich sicher nicht bleiben. Aber danke für die Knarre, Alter. Und, bye bye. Okay, wo muss ich denn durch? Ja. Dann mach mir hier die Tür auf. Alter, was ist los mit dir? Hat er die jetzt zurückgeworfen? Jetzt wird er frech. Hier kann ich nicht durch, oder? Hm, dann gehe ich mal zurück. Aber ich muss doch hier irgendwo... Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da war der Typ. Vielleicht hier rein? Hm, hier ist auch nichts. Also der gefrorene Boden. So, mal gucken. Nichts. Hier waren wir. Von hier sind wir gekommen. Und hier hinten ist der Typ, aber sonst nichts. Okay. Habe ich irgendwas nicht mitgenommen, dass hier die Tür nicht aufmachen will, oder? Die Tür geht gerade ab. Bitch. Ich liebe es. Ich weiß nicht, wo ich durch muss. Verdammt, nochmal. Es gab doch mal so ein Rätsel. Irgendwie später in Half-Life, wo man mit den Fässern unter Wasser irgendwie das Gewicht ausgleichen musste. Und solche Dinge finde ich eigentlich ganz geil. Bringt ein bisschen Abwechslung in so einen Shooter. Also, ich laufe einfach alles mal zurück, weil, ja. Nicht hier durch. Nee. Wann war ich da oben? No pressure. Ah, jetzt sind die Dinge hier grün. Okay. Aber, ich kann immer noch nichts tun. Irgendwo ist noch ein Gegner. Ich weiß, alle Half-Life-Spieler werden sich zu Tode ärgern, wenn die mir zugucken. Es gibt ja sogar Speedruns von diesem Spiel. Und, ich denke. Ja, das habe ich ja zugedreht, ne? Gibt das hier noch irgendwo ein Rad? Ah, nee, das habe ich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, verdammt. Aber wieso macht ihr hier diese andere... Geh mal weg. Alter. Bitch. So machst du die verdammte Tür nicht auf. Ist ja nur ein Videospiel, ne? Okay. Leute, wenn ihr wisst, wo ich durch muss, schreibt es mir... Was ist das denn? Eine Kamera. Schreibt es mir in die Kommentare. Denn, ich denke... Das war's für das Let's Test. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck erhalten, was Half-Life 2, besser gesagt, Black Mesa genau ist. Und, ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Sorry für die Fails. Aber es ist echt schon verdammt lange her. Fast 20 Jahre, seit ich das Spiel gespielt habe. Und... Ja. Ich weiß halt auch nicht mehr alles. Also bitte verzeiht mir. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr sonst mehr von mir sehen wollt, drückt auf Abonnieren. Und ich würde sagen, ich habe das Alien jetzt noch ein paar Mal. unter dem Bildschirm. Ja. Ich werde auf dem Bildschirm hier zum Toten. Und dann ist alles in Ordnung. Okay. Und damit würde ich sagen, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.